so ungewohnterweise am 13.06.2019 muss ich hier mal ganz kurz ein video aufnehmen ich habe mit an bord den lieben wir sitzen gerade bei mir auf dem discord im büro und besprechen alles um 11 41 zwecks den samstag da wir am grübeln sind wie wir das ganze meistern ich weiß nicht wer das alles mitbekommt wir werden natürlich den das video an alle beteiligten auch noch irgendwie weiterleiten ich weiß ich werde jetzt einiges von meinem team wieder ab verlangen weil wir eventuell das problem haben dass der multiplayer nicht geupdatet wird bis samstag jetzt ist das ding ihr schreibt heute ihr müsst das mir bitte in die kommentare schreiben ich weiß ich verlangen das eigentlich nie von euch dass ihr das macht aber heute muss ich wirklich mal von euch verlangen dass du mir was in die kommentare schreibt wir warten kurz bis er fertig ist mit verschlucken alles gut er ist gerade am essen und hat sich verschluckt eventuell ihr müsstet mir heute wirklich mal in die kommentare schreiben ob ihr bereit wert für das event das spiel zurück zu patchen oder ob ihr sagt wir verschieben das ganze um ein wochenende bitte schreibt mir das bis freitag um 20 uhr in die kommentare bis dahin weil wir bis dahin auch warten ob der multiplayer gepatcht wird oder nicht ich weiß zu einem aktuellen punkt nicht ob er gepatcht wurde eventuell nämlich auch hier gerade das video schon völlig umsonst auf ich teste das machen weil es nicht ist aktuell noch nicht gepatcht ja also ich habe mir den launcher hier gerade aufgemacht da steht aktuell noch installation update version blablabla und supportet ats 134 04 und supportet ets version 134 017 es hat dass ihr das auch mal bescheid wisst und ihr schreibt mir das in die kommentare wie ihr das möchte sollen wir zurück patchen sollen wir das extra wegen samstag zurück patchen oder sagt ihr okay wir verschieben ist das ding ist einfach dass mein team ich kann euch noch nicht sagen was aber es ist eine mega kranke überraschung für euch dabei ich bin auch mega sprachloch sprachlos gewesen als mein team mir das präsentiert hat mein team macht da wirklich alles ohne mein wissen die klären dann nichts mit mir ab weil ich glaube sonst hätte ich die gefragt was die so sonst noch zu sich nehmen versprochen die nehmen nicht zu sich die sind einfach so wie sie sind chaotisch und total lieb deswegen ihr schreibt mir bitte bis samstag nicht bis samstag bis freitag 20 und die kommentare ob zurück patchen oder aufschub wenn ihr sagt ausschub dann schieben wir eine woche weiter und wenn ihr sagt zurück patchen dann patchen wir alle zurück ja wer mega interessant wie ihr euch entscheidet und in diesem sinne kann ich nur sagen bis später ich werde übrigens heute noch mal live gehen ich weiß nur noch nicht die uhrzeit da werde ich dann ein bisschen rocket league spielen also bis später und tschüss kopf ski sushi sushi